Horoskop für heute, Wassermann, 15. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Es kann Erinnerungen an Bereiche Ihres Lebens geben, in denen Sie sich verletzlicher oder belasteter fühlen. Glücklicherweise können diese Sie motivieren, wesentliche Änderungen vorzunehmen. Obwohl es im Allgemeinen eine gute Zeit des Jahres ist, um Ihren Geist zu nähren, damit er wächst, lernt und versteht, steht die Sonne heute Chiron gegenüber, und Sie könnten mit Problemen im Zusammenhang mit der Äußerung Ihrer Meinung ringen oder Interaktionen lösen alte Problembereiche aus. Dennoch kann das, was jetzt auftaucht, Ihre Aufmerksamkeit erfordern, bevor Sie weitermachen. Ein Sonnen-Jupiter-Transit, der heute ebenfalls stattfindet, hilft Ihnen, sich zu erfrischen, insbesondere durch unterhaltsame und spannende Aktivitäten. Der Kontakt mit einem Freund oder einer Liebe kann im Mittelpunkt stehen, oder es ist ein guter Tag für kreative Inspiration. Warme und positive Energie ist bei Ihnen, um Standpunkte zu teilen, sich kreativ auszudrücken, Romantik zu empfinden und zu lernen. Nicht-routinemäßige Themen oder Aktivitäten neigen dazu, Ihnen im Moment am meisten zu gefallen. Es ist eine Zeit, um etwas für Sie Wertvolles zu entwickeln, und Sie können sich motiviert fühlen, zu beeindrucken und sich zu verbessern. Andere neigen dazu, Sie zu unterstützen, und Projekte können Ihr Interesse erweitern oder wecken. Vertrauen und Glaube bringen Ihnen Vorteile und Chancen. Ein Fünf-Sterne-Tag für herrliche gute Nachrichten ist angebrochen. Tatsächlich können Sie sich mehr darüber freuen als über jedes andere Sternzeichen. Das liegt daran, dass unser großer Wohltäter Jupiter in Ihrem Solarhaus der wahren Liebe, Leidenschaft und Romantik steht und der mächtigen Sonne zulächelt. Beide befinden sich in benachbarten Zeichen, was bedeutet, dass Sie zu diesem Zeitpunkt aufgeladen sind und eine ideale Verbindung zu Ihnen haben. Sie werden absolut magnetisch und charmant sein und einen Tag voller Abenteuer und Freude erleben. Vereinbaren Sie ein unvergessliches Date, an dem Sie ein Leben voller Magie beginnen können. Sie könnten zum Startgespräch werden. Jeder wird etwas über Sie zu sagen haben, wenn Merkur in den Skorpion eintritt. Es könnte Ihnen nicht gefallen, wie viel verbale Anerkennung Sie während dieses Merkur-Transits erhalten. Kollegen, Arbeitskollegen, Kunden und mehr werden Ihren Karriereweg kommentieren wollen. Sie könnten direkt mit Ihnen sprechen oder Ihre Worte könnten über Freunde von Freunden zu Ihnen zurückgelangen. Merkur im Skorpion könnte Sie in Ihrem Karriereweg für Ihre Kommunikationsfähigkeiten, Ihre geistige Beweglichkeit und Ihre Schreibfähigkeiten sehr bekannt machen. Bei der Planetenkonstellation des Tages werden Sie sich wahrscheinlich zu Hause mit einem guten Buch auf dem Sofa wiederfinden oder vielleicht davon träumen, dies zu tun, wenn Sie zu beschäftigt sind. Sie werden sich in den nächsten Tagen empfindlich fühlen, solange diese himmlische Energie anhält. Es ist wichtig, im Einklang mit Ihrem Körper zu bleiben, wenn Sie bemerken möchten, welche Emotionen unter der Oberfläche liegen. Wenn Sie reichlich Wasser trinken, kommen Sie mit Ihrem Körper und Geist in Kontakt. Heute ist der Tag, an dem Sie allein das Kommando haben. Die momentanen Schwingungen werden Ihnen nicht viel helfen, aber Sie werden sie auch nicht bremsen. Sie haben also ein offenes Handlungsfeld, um Ihren Platz in der Gesellschaft und in Ihrem Gefühlsleben einzunehmen. Verlassen Sie sich nur auf Ihre Fähigkeit, den Lauf der Dinge zu ändern, und versuchen Sie, alle in Ihrer Familie und unter Ihren Freunden zu respektieren. Wenn Sie die Dinge beschleunigen, können Sie Ihre Initiativen starten und langfristig deren Früchte ernten. Während Jupiter sein erstes Wochenende in rückläufiger Bewegung in einem abenteuerlichen Bereich Ihres Horoskops beginnt und die Sonne dort ihr letztes Wochenende verbringt, sind diese Himmelsgiganten bereits harmonisch ausgerichtet. Die Reise des Mondes durch den Wassermann schafft eine positive Verbindung mit beiden und hebt die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens hervor, bevor die neue Arbeitswoche beginnt und die Aktivitäten in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere wieder zunehmen. Der Mond im Wassermann trägt heute zu einer bereits wachsenden Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie bei. Es ist der freundliche Aspekt des Mondes zu Jupiter, der sich in seinem ersten Wochenende in Ihrem romantischen Sektor rückläufig bewegt, und die Sonne in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops, gerade als Sie bereits zusammenkommen, was mehr bewirkt, als dieses Wochenende romantisch aufgeladen zu machen. Die Türen, die sich jetzt an der romantischen Front in die Vergangenheit öffnen, werden für den Rest des Jahres offen bleiben. Täglicher Planetenüberblick Heute früh könnten Sie sich in einem tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden Gespräch wiederfinden, da Merkur in der Waage im Quadrat zu Pluto im Steinbock steht. Gespräche in dieser Zeit werden wahrscheinlich viel tiefer gehen als erwartet und Bedeutungsebenen oder verborgene Wahrheiten ans Licht bringen, die Sie überraschen könnten. Waren Sie schon einmal in einer dieser Situationen, in denen ein lockeres Gespräch zu etwas Intensiverem wird und Dinge enthüllt, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Diese Art von Energie könnten Sie heute erleben. Diese Gespräche können zu Durchbrüchen führen, aber sie können auch herausfordernde Emotionen oder Themen zur Sprache bringen. Eine wichtige Sache, die Sie heute im Hinterkopf behalten sollten, ist, auf Ihrem Körper zu hören. Wenn diese kosmische Energie um Sie herumwirbelt, spüren Sie möglicherweise ein Gefühl der Frustration oder Anspannung, das sich in Ihnen aufbaut. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Körper bei Stress oft subtile Signale sendet, sei es ein Verspannen in den Schultern oder ein unangenehmes Gefühl im Magen? Heute ist es wichtig, auf diese Signale zu achten und auf sich selbst aufzupassen. Ob das bedeutet, eine Pause einzulegen, spazieren zu gehen oder einfach tief durchzuatmen, um sich zu entspannen, kleine Akte der Selbstfürsorge können einen großen Unterschied machen, um Ihr Gleichgewicht zu halten. Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, Missverständnisse. Unter diesen kosmischen Einflüssen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, missverstanden zu werden oder die Aussagen anderer falsch zu interpretieren. Hatten Sie schon einmal ein Gespräch, bei dem Sie und die andere Person auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen zu liegen schienen, obwohl Sie beide versuchten, klar zu kommunizieren? Heute könnte das leichter passieren als sonst, also seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie wichtige Angelegenheiten besprechen. Wenn möglich, wäre es vielleicht ratsam, wichtige Aufgaben oder Besprechungen auf einen anderen Tag zu verschieben, insbesondere wenn die Emotionen hochkochen. Während Ihr üblicher direkter Ansatz in anderen Situationen gut funktionieren könnte, könnte er heute zu unerwarteten Komplikationen oder Konflikten führen. Bleiben Sie also aufmerksam und wählen Sie Ihre Schlachten mit Bedacht, insbesondere mit Ihren Lieben. Wenn diese transformative Energie greift, werden Sie einen deutlichen Anstieg Ihrer Begeisterung und Vitalität bemerken. Es ist, als ob das Universum Ihnen ein kosmisches grünes Licht sendet, damit Sie Ihre Ziele mit voller Kraft verfolgen können. In Ihrem Berufsleben werden Dinge, die einst entmutigend oder unerreichbar schienen, allmählich Ihren Platz finden. Aufgaben, die gefühlt ewig über Ihrem Kopf schwebten, werden mit Leichtigkeit bewältigt und alle neuen Projekte, die Sie in Angriff nehmen, werden wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein. Ihr Selbstvertrauen ist im Moment magnetisch und diese Energie wird die Menschen auf natürliche Weise zu Ihnen, Ihren Ideen, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Vision hinziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.